Weil unser Spieler Thomas Dauernick sich letzte Woche sehr schwer verletzt hat und entsprechend längere Zeit ausfallen wird. Dauernick, come back stronger! Der Hakan hatte mir nicht gefreut, der hätte gezahlt. Der Hakan hatte mir nicht gefreut, der hätte gezahlt und der Füße schon von Windeck hätte das rausgeholt und mit Notlagen, der wäre dann wieder bei ihm. Der war der Eck im Indiener. Der hat dann so einem nicht gefreut. Der hat dieses Röder im Kopf. Der war doch noch ein Windeer. Nächste Mal! Oh! 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 Wie spielen Sie denn? Der nimmt sich wieder für den Bier und sagt, er hat die Hand. Ja, schwirrt sich. Schau! Ja, aber in der letzten Minute an zwei. Oh, das ist sehr gut. Oh! Oh, das war doch mal! In Sakt 15.50 Uhr, Anstoß hier im Aachen-Lamas-Wald-Stadion. Ich sehe auch ein bisschen, wenn die 2. und die 4.1. ist der Durst. Der erste Roller-Spieler in der Landesliga. Der erste, der erste! ...spieler für 10 Minuten hier auf das Halbstadion. Die Eintracht und die einzelnen Führung durch unseren Spieler. Mahout! Team Wir! Mahout! Team Wir! Mahout! Team Wir! Team Wir! Wahout! Team Wir! Ach dochquette! Team Wir! Team Wir! Kein Badgleich. 2-1 zu eins. Die Vorschriften sind die Runde ein-Kapier der neuen Institutionen. Klaue Schütze, Kari. 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 Klaue Schütze, Kari.